Jetzt kommt da eine Anlage für Bonnberger, denke ich mal. Oder er hat die, weil er es ja so gemacht hat und verdrückt. Das geht auch. Ja, weil ich denke mal, dass wir die Tonbandansage verdrückt haben. Ich glaube, die haben ja Rasen geblieben. Irgendwas haben die gemacht. Ja, ich komme damit. Naja, der fährt gleich weiter. Ich komme ja eben mit zur Tür. Okay, ja, bist du nötig, das ist klar. Wo war der Ausstieg noch? Das sieht hier gut aus. Wofür gibt es eigentlich diese Tasten hier? Tür zu. Ja, ich weiß, aber der hat da eine Lichtschranke drin. Ja, eben, ja. Vielleicht, wenn sie gestört ist, dann kann man die Tür zu machen. Also, wie gesagt, wünschst du dir noch viel Spaß. Ah, das ist der nach Würzburg, oder? Genau, die RB nach Würzburg, das ist 440, genau. Kommt die auch bis nach Nürnberg? Ähm, anders. Also, die fährt nach Würzburg. Und in Würzburg gibt es dann auch 440, die über Neustadt Eich nach Nürnberg fahren. Aber der 440 fährt nicht hier direkt. Alles klar, ich wünsch dir was. Ich dir auch. Alles klar. Ja, wir schreiben und... Alles klar. So, ciao. So, mit AG 78065 sind wir jetzt in Bamberg Hauptbahnhof. Ah, komm, wir machen da eh eine Foto. Roomtoleranz. 10. 10. Ihr seid... T зем. 10. 11. 10. 10. 10. 10. Ja, alles da, alles da. Also, schönen Wochenend. Schönen Feierabend. Ja, alles da, alles da. Hey, da. Wie lange kennt ihr uns? Seid im Klima raus, ne? 24 Leute. Nur Leute, nicht mal 1,2. Ach so, dann wollte ich kurz nichts sagen. Wahrscheinlich war es noch gar nichts. 1,1. 1,2,1. Ist das wirklich, wie so eine Kreative von Binnen? Was ist das für ein Binnen? Nee, ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ach, ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ja, die, die sind die Binnen. Da ist es eigentlich schon. Ich habe 8 Punkte auf der Mitte. Das war 21, das ist nicht mal die Hälfte. Das ist doch voll groß. Zumindest ist es gut. Ja, guck mal. Ich bin auf die, ähm. Nein. Nein, das macht zu viel fest. Nicht so zu viel fest. Nicht so zu viel fest. Das ist halt auch einer mit dem Urlaub bauen, der hat mir bis verwerbt. Und, ja, so. Ja, das hat mich auch so gemeint. Das ist wirklich, dass wir nicht mehr wieder in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Nein. Ich bin in der Mitte. Ja, wir haben uns auch ein paar mal vorgemacht. Wir haben alle haben es gesagt. Du willst schon, Selly. Ehe den guten Video. Ja, das ist jetzt die Fälle, wo wir uns jetzt haben gefragt wurden. Die beiden haben es nicht gemerkt. Ja, das war nicht. Niemand weiß nicht. Ja, das war jetzt mal ein bisschen. Ja, das war jetzt mal ein bisschen. Auf einmal reingekommen. Ja, auf einmal reingekommen. Ja, auf einmal reingekommen. Ja, auf einmal reingekommen. Aber wenn du wirklich mit diesem Lektor mit dem Lektor sendestellstelle, dann würde ich, ah, schau ich mich, das ist so, aber wenn ich jetzt kann die machen. Ja. 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 Ja, locker auf know. Ja. Also, nach Hause entspricht. Ja, ich bin, ah, es sind gut. Ich denke, ich komme aus, ich komme aus. Ja. Ja, ich bin, ah. Also, das ist eine kleine Karte. Das ist so unfreundlich. Zwei da rutschen. Hey, nein. Wird gehen gekannt? Jetzt. Ja. Ich geh jetzt mal rein. Du hast doch kein Essen mehr. Hallo? Der sitzt da direkt. Der sitzt da direkt direkt. Der sitzt da direkt direkt. Der sitzt da direkt direkt direkt. Danke. Du brauchst das nicht. Du brauchst es mir letzte Mal. Oh, danke. Ich mache was weiß ich. Heute reiht du aus. Noch ein Essen. Noch ein Essen. Das ist alles schön. Es ist nochmal die Prima. Es ist immer noch die Prima. Es war noch die Prima. Dann hat man da. Jetzt sind wir gleich Prima. Nächster Halt Strollendorf Ausstieg in Fabriksdorf Strollendorf Ausstieg in Fabriksdorf Strollendorf Ausstieg in Fabriksdorf Ich glaube, der hat sich in der Forschung gekocht. Ach du Scheiße. Servus. Teil 2 in der AG. 87.065. 8.065. Ähm, wieso ist hier noch... Träger nach Schlüssel REACH. 2.066. 8.066. 8.056. 10.066. 11.066. 11.068. 11.066. 12.067. 12.067. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt, Hirschheit, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Nächster Halt Nächster Halt Nächster Halt Nächster 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Nächster Halt Eckholzheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal.